Alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu alameena muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd Allahumma ati nufu, sana taqwaha wa zakkiha, anta khayru man zakkaha, anta waliya wa maulaha, thumma amma ba'd Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, meine lieben Geschwister ich freue mich, dass wir uns heute wieder hier versammeln können in unserem ersten Donnerstagsunterricht im Jahr 2000 oder ist der zweite schon, oder? Der zweite Donnerstag schon im Jahr 2019, Ajib also nicht der erste, es ist der zweite Donnerstag im Jahr 2019, aber der erste, wo ich bei euch bin und ich freue mich, dass wir uns wieder hier in diesem gesegneten Ort versammeln können Wir wollen heute, inshaAllah ta'ala, weitermachen mit der Sura Al-Kahf und wir hatten ja bereits schon drei Einheiten gehabt in der ersten haben wir eine allgemeine Einleitung zur Sura gemacht uns auch ein wenig die Aufteilung der Sura angeschaut gehabt und des Weiteren hatten wir die erste große Geschichte in dieser Sura ausführlich besprochen gehabt nämlich die Geschichte der Leute der Höhle, Ashab al-Kahf und haben uns ausführlich mit dieser Geschichte beschäftigt und uns ganz genau angeschaut, was Allah subhanahu wa ta'ala uns eigentlich mit dieser Geschichte mitteilen möchte und ich hatte irgendwie eine Erinnerung gehabt, dass wir auch schon die zweite Geschichte nämlich das Gleichnis von dem Mann mit den beiden Gärten besprochen hatten aber mir wurde gerade gesagt, wir hatten das nicht besprochen und demnach hatte ich mich heute auf die dritte Geschichte vorbereitet nämlich die Geschichte von Musa und Al-Khidr welche wir jetzt einfach vorziehen werden, inshaAllah ta'ala die Reihenfolge ist jetzt nicht unbedingt notwendig und wir uns deshalb heute inshaAllah barakul hafiq mit der Geschichte von Musa und Al-Khidr auseinandersetzen werden und die Geschichte von Musa und Al-Khidr ist eine der schönsten Geschichten im Koran überhaupt eine Geschichte, welche so schön ist dass sogar unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam sich gewünscht hatte, dass Musa alayhi wa sallam etwas mehr Geduld hätte sodass Allah subhanahu wa ta'ala uns noch mehr von diesen Wundern in seinen Geschichten und Begebenheiten erzählt die Musa alayhi wa sallam gemeinsam mit dem Al-Khidr alayhi wa sallam wiederfahren ist und zwar hat unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam gesagt hätte doch Musa alayhi wa sallam etwas mehr Geduld gehabt damit uns Allah subhanahu wa ta'ala noch mehr von diesen Wundersamen Geschichten erzählt also es ist eine schon sehr, sehr Wundersame Geschichte eine Geschichte, welche meines Wissens einmalig ist welche meines Wissens nicht in der Bibel also im Alten Testament und auch schon gar nicht im Neuen Testament so vorfinden und demnach gibt es auch Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten ob dieser Musa den wir hier in diesem Koranvers oder in dieser Geschichte zu stehen haben wir werden uns das gleich anschauen auch wirklich der Musa war der zu den Kindern Israels gesandt wurde aber die meisten Gelehrten sagen es handelt sich um den Musa weil uns auch Allah subhanahu wa ta'ala oder weil auch unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam in einer authentischen Überlieferung uns Näheres über diese Geschichte wie sie im Koran geschildert wird und die Vorgeschichte von dieser Geschichte erzählt und dementsprechend dass eigentlich relativ klar ist dass es sich hierbei um den Musa um den Propheten Musa zu den Kindern Israels handelt wir werden uns inshallah Allah ta'ala diese Geschichte durchlesen gemeinsam aber bevor wir uns diese Geschichte durchlesen werden wollen wir uns erst einmal diesen authentischen Hadith anschauen den wir bei Al-Bukhari finden in Sahih Al-Bukhari wo uns unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam Einblick über den Grund für diese Geschichte gibt also der Prophet sallallahu alayhi wa sallam er erzählt uns warum Musa alayhi wa sallam sich überhaupt auf eine Reise gemacht hat wie es überhaupt zu diesem Zusammenkommen zwischen Musa und dem frommen Diener gekommen ist der wie es aus den Überlieferungen hervorgeht Al-Khidr hieß und zwar berichtete unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam von Ubay ibn Ka'ab dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte dass Musa alayhi wa sallam eines Tages eine Rede hielt eine Predigt hielt vor den Kindern Israels und er wurde gefragt nach dieser Rede welcher Mensch hat am meisten Wissen wer ist der Wissenste unter den Menschen Musa alayhi wa sallam antwortete ohne zu zögern mit dem Wort Anna ich und das ist ein großer Fehler gewesen wie sich gleich herausstellen wird ein Fehler aus dem wir aber insha'allahu alayhi wa sallam alle Lehren ziehen können nicht nur Musa alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala er hat daraufhin Musa getabelt weil er nicht gesagt hat dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist der am besten weiß wer am meisten Wissen hat er ist davon ausgegangen er ist ein Gesangter Gottes und dementsprechend muss er am meisten Wissen haben er ist als Gesangter Gottes davon ausgegangen er muss am meisten Wissen haben aber Allah subhanahu wa ta'ala er wollte ihm aufzeigen dass er hier einen großen Fehler bekommen hat er hat nicht gesagt Allahu a'alam ich bin es Allah weiß am besten ich bin es er hat nicht gesagt Allah ta'ala ist derjenige der Wissen gibt wem er möchte sondern er hat direkt ohne zu zögern ohne vorher darüber nachzudenken einen Fehler gemacht indem er sagte Anna und gerade in dieser Sura finden wir ja auch einen Fehler den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat einen ähnlichen Fehler was war dieser Fehler gewesen er sagte nicht insha'Allah als die Quraysh zu ihm kamen und ihm diese drei Fragen stellten sagte nicht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam insha'Allah so Gott will werde ich die Antwort geben sondern er sagte ich werde euch morgen die Antwort geben und er hat das Wissen nicht auf Allah sallallahu alaihi wa sallam zurückgeführt so als würde unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns hier auch nochmal aufzeigen wollen dieser Fehler den er gemacht hat hat auch schon zuvor ein anderer Prophet gemacht und zwar Musa alaihi wa sallam wenn ich als einfacher Muslim mal insha'Allah vergessen ist das nicht weiterhin schlimm aber wenn es ein Prophet vergisst dann hat es nochmal etwas ganz anderes Hassanat al-Abrari Sayyidat al-Muqarrabin was bedeutet das? eine Koste also einen kleinen Fehler von Hassanat al-Abrari die guten Taten der from Sayyidat al-Muqarrabin sind die schlechten Taten der Allah nahestehenden die noch eine Stufe höher sind ja weil eben entsprechend wenn jemand der in einer besonderen Position ist einen Fehler macht das ist was ganz anderes als wenn das irgendeiner auf der Straße tut kann man nicht miteinander vergleichen und dementsprechend Allah subhanahu wa ta'ala ja wie kannst du so etwas tun wie kannst du sage ich ohne zu sagen Allahu alam ohne zu sagen ich führe das Wissen auf Allah subhanahu wa ta'ala zurück deswegen sagt der Prophet salallahu alayhi wa sallam fa'atab Allahu alayhi idh lem ya rudda al-ilma ilayhi Allah ta'ala er hat ihn darauf hingeteilt weil er das Wissen nicht auf ihn zurückgeführt hat also auf Allah subhanahu wa ta'ala zurückgeführt hat und Allah ta'ala er hat ihn dann offenbart fa'awaha Allahu alayhi bela doch es gibt jemanden der mehr Wissen hat abduna khadirun huwa a'lamu mink und sadina khadir er hat mehr Wissen als du und jetzt schaut mal ganz ganz wichtig die Propheten sie können Fehler machen kleine Fehler die für uns vielleicht gar keine Fehler sind aber für sie sind sie Fehler weil er hat die Herte gemacht er dachte als Prophet müsste er das meiste Wissen haben aber Allah hat ihn erzogen und was machen die Propheten sobald sie einen Fehler tun sie bereuen sie versuchen aus diesem Fehler eine Lehre zu ziehen für sich selbst sie versuchen diesen Fehler so gut sie können wieder zu korrigieren auszugleichen wieder gut zu machen und dementsprechend fragte Musa alayhi salam wie es der Prophet sallallahu alayhi salam berichtete wo befindet sich dieser Diener Gottes mit dem Namen Khadir Khadir woraufhin er sagte an dem Ort wo die beiden Wasser die beiden Meere aufeinander treffen Bahr kann ein Meer sein kann aber auch einfach nur Wasser sein Süßwasser Musa alayhi salam er sagte daraufhin zu Allah subhanahu wa ta'ala oh mein Herr oh mein Herr gib mir irgendein Zeichen damit ich weiß wo ich ihn antreffen kann wahrscheinlich wusste er welches damit gemeint ist und es gibt unterschiedliche Meinungen unter den Gelehrten wo das genau ist höchstwahrscheinlich höchstwahrscheinlich wird es in der Region gewesen sein wo die Kinder Israels auch gelebt haben also zwischen Palästina dem Sinai und manche gehen davon aus dass es der Ort ist wo heute sich der Suezkanal befindet also wo das Rote Meer theoretisch durch den Kanal erst ja auf das Mittelmeer stößt es gibt natürlich dieses Land was dazwischen ist ja deswegen wurde auch ein Kanal ausgehoben aber wahrscheinlich war es diese Region gewesen es gibt noch andere Meinungen aber das soll uns nicht weiterhin beschäftigen es war auf jeden Fall etwas wo Musa in dieser Region muss es sein aber es ist eine ganze Region es ist eine große Region wo soll ich dort suchen also brauche ich ein Zeichen oh Allah und Allah subhanahu wa ta'ala er hat ihm ein Zeichen gegeben und zwar sagte er und das ist sehr sehr interessant wir werden gleich auch darauf eingehen warum gerade so ein komisches Zeichen er sagte du nimmst einen Fisch mit dir mit ein toten Fisch und die Gelehrten sagen er war schon sozusagen hier eingelegt gewesen also ein richtig der Fisch war tot ja und du nimmst ihn mit in einem Korb Mikte ist ein Korb und dort wo du ihn verlieren wirst befindet sich dann Al-Khadr dort wo du ihn verlieren wirst befindet sich dann was Al-Khadr merkwürdig ein Fisch ein eingelegter Fisch schon gesalzen alles und du wirst ihn verlieren was ist das für ein Zeichen ja darauf kommen wir gleich zu sprechen inshallah ich habe mir auch immer lange darüber gedacht warum gerade ein Fisch ja aber wir werden gleich sehen warum ein Fisch inshallah und auf jeden Fall hat er ihn dann genommen und jetzt beginnt die Geschichte im Koran also der Hadith geht noch weiter aber der Hadith erzählt im Grunde genommen das was jetzt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erhebt wir haben also jetzt über unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam die Vorgeschichte dieser Geschichte im Koran erfahren und da sehen wir noch einmal wie wichtig es ist Koran und Sunnah immer nebeneinander zu stellen der Koran als die Urschrift der Koran als das Grundbuch die erste Offenbarung und die Sunnah als ergänzende Offenbarung die uns erklärt was Allah subhanahu wa ta'ala von uns möchte ohne diesen Hadith hätten wir niemals erfahren was eigentlich die Vorgeschichte ist warum hat sich überhaupt Musa alaihi wa sallam auf den Weg gemacht Allah subhanahu wa ta'ala er hat diese Vorgeschichte ausgelassen weil es ihm in dieser Geschichte nämlich um andere Aspekte geht aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam er zeigte uns auf Musa hat einen Fehler gemacht und er hat aus seinem Fehler gelernt und er war bereit gewesen für seinen Fehler den er gemacht hat zu büßen selbst wenn es sich um Jahrzehnte handeln sollte und deswegen beginnt Allah subhanahu wa ta'ala diese Geschichte Vers Nummer 60 von Surat al-Kahf mit folgendem Vers und als Musa zu seinem Burschen sagte wer dieser Bursche ist werden wir gleich sagen insha'Allah ich lasse nicht ab bis ich die Stelle erreicht habe an der die Meere zusammenkommen und ich sollte und sollte ich lange Zeit weitergehen was sagen die Gelehrten über Shukub Shukub ist der Plural von Shukba und eine Shukba ist eine Zeitspanne und die Gelehrten sagen zwischen 70 und 80 Jahren das heißt selbst wenn ich mein ganzes Leben suchen sollte ich werde diesen Fehler gut machen und ich werde diese Person finden von der ich lernen kann die mehr Wissen hat als ich damit ich aus meinen Fehler lerne egal ich muss das in irgendeiner Weise wieder ausgleichen ich möchte zu Allah zurückkehren unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam als Allah ihn getan hat wegen Abdullah ibn Umm Maktoum dem Blinden hat er jedes Mal wenn er ihn gesehen hat jedes Mal aufs Neue gesagt marhaban billazi a'tabani fihi rabbi willkommen sei derjenige für den mein Herr mich getan hat und so sollte ich auch sein meine lieben Geschwister ich mache einen Fehler und ich sollte versuchen diesen Fehler wieder gut zu machen und zwar sofort Musa alayhi er hat nicht gewartet er hat sofort gefragt oh Allah wo ist dieser Mann ich werde erstmal einige Sachen erledigen er hat alles hinten angeschoben man darf nicht vergessen Musa war der Vorsteher der Kinder Israels gewesen er trug eine Verantwortung aber er war sich bewusst gewesen ich muss das wieder ausgleichen ich muss zu meinem Schöpfer reumütig zurückkehren ich muss aus diesem Fehler lernen was was sagt unser Prophet über einen Mu'min er sagt ein Mu'min wird aus dem selben Loch nicht zweimal gestochen also in dem Loch befindet ein Skorpion oder irgendein Dings er wäre schön dumm wenn er sich zweimal aus dem selben Loch stechen lässt ein Mu'min lernt aus seinen Fehlern du kannst Fehler machen jeder von uns macht Fehler aber lerne aus seinen Fehlern und versuche die Lehren daraus zu ziehen das schlimmste was du machen kannst in deinem Leben ist dass du einen Fehler machst und aus diesem Fehler nicht lernst und immer wieder auf die Nase fällst Musa er machte sich auf den Weg mit seinem Burschen wer war sein Burscher gewesen wie hieß er Jusha sollte später selbst zu einem Propheten werden nach dem Tode von Musa sollte er derjenige gewesen sein der die Kinder Israels anführt und der sie sogar zum Sieg geführt hat er er sogar der Prophet für den Allah subhanahu wa ta'ala für wenige Minuten die Sonne angehalten hat gestockt hat und zwar kurz bevor sie in Palästina eingedrungen sind und kämpften gegen ihre Feinde kurz vor dem Sieg ging die Sonne unter und Yusha erhob seine Hände und bat Allah wie es der Prophet auf authentisch überlieferte er bat Allah subhanahu wa ta'ala dass die Sonne angehalten werden soll damit er noch die Möglichkeit hat den Sieg zum Ende zu führen weil in der Nacht konnten sie nicht kämpfen und der Prophet sagte es gab nur einen einzigen Propheten für den Allah subhanahu wa ta'ala die Sonne angehalten hat er nennt nicht diesen Namen ja aber die Gelehrten sagen es handelt sich um wen um Yusha Ibn nun den Allah subhanahu wa ta'ala durch dieses Wunder zum Sieg geführt hat unglaublich und da sehen wir noch einmal dass sich das bestätigt was Allah gesagt hat jene Propheten sind es wir haben die einen gegenüber die andere was bevorzugt unser Prophet er hätte wie andere Hochstapel es in der Geschichte getan haben sich all diese Wunder selbst zuschreiben können und er hatte eine Chance gehabt dass auch mit der Sonne dass er sich ein Wunder hätte mit der Sonne zuschreiben können und zwar als sein Sohn Ibrahim starb interessant ist dass Musa gerade ihn ausgewählt hat wahrscheinlich wusste er dass Yusha ein ganz besonderes ist und Musa wollte wahrscheinlich auch diese Reise nutzen um Yusha auszubilden ihm von seinem Wissen zu geben ihm von seinem Achlaq etwas beizubringen und dementsprechend jeder braucht einen Morabbi du brauchst jemanden der dich erzieht du brauchst jemanden einen Lehrer einen Erzieher es muss kein großer Gelehrter sein aber jemand den du zum Vorbild nehmen kannst von dem du lernen kannst der dich auf deine Fehler hinweist weil jeder von uns hat Fehler der dich erziehen kann und die Gelehrten haben immer wieder gesagt Wäre nicht dem Morabbi der Erzieher würde ich meinen Herrn Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennen subhanallah und Musa aleyhisselam er suchte sich nicht irgendjemanden aus sondern er suchte sich Yusha etna nur aus damit er ihn gleichzeitig auch ausbilden kann und er ist das gewesen der in seine Fußstapfen getreten ist nach dem Tode von Musa aleyhisselam und da sehen wie wichtig es ist diese Schüler Lehrer Beziehung dass du in jedem Fall auch einen Lehrer hast oder du eine Lehrerin hast als Schwester die dich erzieht weil theoretisches Wissen kann sich jeder aneignen aber es ist genau dieses Praktische die Lebenserfahrung die du benötigst damit du dich entwickeln kannst in deinem Charakter und deswegen Gelehrte die nur an der Universität gelernt haben aber nicht wirklich Lehre hatten die sie erzogen haben sind Gelehrte bei denen man häufig merkt dass ihre Erziehung nicht vollendet wurde und das sind dann auch teilweise Menschen welche von ihrem Charakter her alles andere sind als Vorbilder obwohl sie es eigentlich hätten sein müssen sie haben Wissen aber in ihrem Charakter sind sie nicht vorbildlich warum weil sie keine Lehre hatten und deswegen ganz wichtig wir lernen hier du brauchst einen Lehrer du brauchst einen Erzieher du brauchst eine Erzieherin die dich an die Hand nimmt die dich erzieht die dir aufzeigt wo deine Schwächen sind die dich in deinen Stärken unterstützt und bestätigt und Musa er machte sich jetzt mit Yusha Ibn nun auf den Weg zu diesem sogenannten Majma Al-Bakhray als sie die Stelle erreicht hatten an der sie zusammen kommen die beiden Wasser an der sie zusammen kommen passiert das was was ganz merkwürdiges muss ich mir vorstellen Allah Ta'ala er hat Musa ein klares Zeichen gegeben ein Fisch ein Fisch wenn er nicht mehr da ist dann weißt du dass sich an dieser Stelle wer befindet dass sich an dieser Stelle diese Person befindet nach Leid du suchst dein Lehrer befindet also er muss sich eigentlich an nichts anderes erinnern als an das das ist das Ziel seiner Reise und trotz alledem vergessen sie genau das als sie die Stelle erreicht haben an der sie zusammen kommen beide haben vergessen vergaßen sie ihren Fisch so nahm er der Fisch seinen Weg im Meer auf und davon schwimmend haben wir nicht gerade gesagt der Fisch war tot gewesen wie kann es sein dass der Fisch jetzt plötzlich schwimmt was ist hier passiert was ist hier geschehen warum lebt der Fisch plötzlich warum schwimmt er wie kann er schwimmen wenn er tot ist Allah hat ihn wieder zum Leben erweckt das heißt er ist in irgendeiner Weise in Kontakt mit Wasser gekommen und Allah hat wieder Leben in diesem Fisch eingehaucht und er ist weggeschwommen warum der Fisch warum Wasser warum Leben das werden wir gleich besprechen aber was geschieht jetzt sie gehen einfach weiter sie merken das nicht gucken nicht sie haben ihren Fisch völlig vergessen darauf zu achten ob der Fisch sich noch im Korb befindet oder sich nicht mehr im Korb befindet als sie vorbeigegangen waren an der Stelle wo eigentlich Al-Khadr ist sagte Musa zu seinem Burschen bringe uns unser Mittag Essen wir haben ja durch diese unsere Reise viel Müsel erlitten jetzt guckt Yusha Ibn Nun in den Korb da waren wahrscheinlich noch andere Dinge gewesen die sie mitgetragen haben er guckt hinein und er sieht der Fisch ist nicht mehr da er sagte siehst du als wir beim Felsen Rast gemacht haben gewiss da habe ich den Fisch vergessen und es ließ mich nur der Satan vergessen und er nahm seinen Weg in mir auf wunderliche Weise das heißt wahrscheinlich hat er das sogar gesehen aber er hat vergessen seinem Lehrer Musa Bescheid zu geben warum erzählt uns das Allah so sehr im Detail wozu diese ganzen Details aus welchem Grund weil Allah damit uns etwas berichten möchte all diese Dinge sie sind Symbole für bestimmte andere Dinge wofür steht dieser Fisch was würdet ihr sagen wofür steht dieser Fisch dieser Fisch will uns aufzeigen dass sobald er mit Wasser in Kontakt kommt und Wasser bedeutet Leben dass er zum Leben erweckt wird und an welcher Stelle befindet sich dieses Wasser an der Stelle wo Musa jetzt zum wahren Wissen gelangen soll mit anderen Worten das Wissen was Musa dort erlernen wird von diesem Frommendiener ist nicht irgendein Wissen sondern ist Wissen was zum Leben führt und was versucht der Schaitan versucht den Menschen von diesem Wissen abzubringen der Schaitan versucht dich abzubringen von genau diesem Wissen Wissen was Nutzen hat der Schaitan hat kein Problem damit dass du Professor wirst damit hat er überhaupt kein Problem damit dass du der größte Wissenschaftler dieser Welt wirst damit hat er kein Problem solange dieses Wissen nicht den Menschen in irgendeiner Weise Nutzen bringt Nutzen dahingehend dass dieses Wissen sie zu Allah erbringt wenn es nur materielles Wissen ist was auch nützlich ist gar keine Frage dann ist das dem Schaitan egal weil materielles Wissen kann die Menschen sogar von Allah wegführen sehen wir wie viele Menschen gibt es die aufgrund des Wissens und der Wissenschaft der angeblichen Wissenschaft anfangen an Allah dem Schöpfer dieses Universums zu zweifeln damit hat der Schaitan überhaupt kein Problem gar nicht der Schaitan hat ein Problem mit Wissen was dich Allah näher bringt der Schaitan hat ein Problem mit Wissen was dir erklärt warum du überhaupt auf dieser Welt bist der Schaitan hat ein Problem mit wissen was dich prüft der Schaitan hat ein Problem mit Wissen was dich zum Paradies führt Und dementsprechend hat der Schaitan versucht, sie das vergessen zu lassen, warum sie überhaupt auf dieser Reise sind. Schau mal, sie haben eine Reise, sie haben ein klares Ziel. Und der Schaitan lässt sie dieses Ziel vergessen. Und auch du als Mensch, du hast ein klares Ziel. Eigentlich weißt du, wohin es geht. Es geht dorthin zurück, wo dich einst Allah subhanahu wa ta'ala mit deinem Urvater Adam hineingesetzt hat, nämlich ins Paradies. Aber er versucht dich, dieses Ziel, dieses Lebensziel außer Acht zu lassen und vergessen zu lassen. Du tust und strengst dich an, versuchst nach Erfolg zu streben, aber vergisst, worin der eigentliche Erfolg liegt. Subhanallah. Und deswegen, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Hashr? Da geht es ja auch um den Schaitan, Surat Al-Hashr, da geht es ja auch um den Schaitan, also er versucht, die Menschen vergessen zu lassen. Und was geschieht direkt danach? وَكَانَ عَقِبَتَّهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ فَارِمِينَ Und der Ausgang vom Schaitan und dieser Person, die er geschafft hat, in die Irre zu führen, ist was? Dass sie in der Hölle sind, ewig daran verweilt. Und das ist was? Die Vergeltung der Ungerechten. Und was kommt direkt danach? وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Und die ihr Glauben fürchtet Allah. وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ Und eine jede Seele soll schauen, was sie für morgen vorausgeschickt hat. Also vergiss niemals, wofür du eigentlich lebst. Sträng dich an, sei erfolgreich, aber vergiss niemals sein eigentliches Ziel. وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Allah ist kundig dessen, was ihr tut. وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Und seid nicht wie jene. كَلَّذِينَ نَسْهُوا اللَّهُ Die Allah vergessen haben. Subhanallah. فَأَنْسَاهُمْ أَمْفُسَهُمْ Und er hat sie sich selbst vergessen lassen. Sie leben einfach vor sich her. Sie haben vielleicht materiellen Erfolg oder nicht. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Die Dunja ist nichts wert bei Allah. Sie haben Allah vergessen. فَأَنْسَاهُمْ أَمْفُسَهُمْ Und er hat sie sich selbst vergessen lassen. Und was ist mit denen? أُلَا اِكَهُمْ أَلْفَسِهُونَ Jene sind die Freibler. لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّ Nicht gleich sind die Bewohner des Paradieses und die Bewohner der Hölle. Wer sind die wahren Gewinner? أَصْحَابُ الْجَنَّ هُمُ الْفَأِزُونَ Die Leute des Paradieses sind die Gewinner. Subhanallah. Schaut mal, wie viel Symbolik in diesen Versen steckt. Unglaublich, oder? Und deswegen, schaut mal. Er hat es vergessen. Jeder von uns vergisst. Aber was macht er sofort? Er geht nicht weiter und lässt sich ablenken. Ich muss jetzt mein Mittagessen zu Ende essen. Erstmal an meine niederen Bedürfnisse denken. Nein! Sofort merkt er, wir müssen zurück zu unserem eigentlichen Ziel. Warum sind wir überhaupt auf dieser Reise? Und deswegen, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt jetzt, was ist die Antwort von Musa? Er sagte, das ist es, was wir suchten. Das ist es. Das ist unser eigentliches Ziel. Es kann passieren, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dass du dein Ziel außer Acht lässt. Dass du plötzlich so in einen Zustand der Unachtseinkeit fällst. Es kann jedem passieren von uns. Der Schatan, der lässt uns nicht in Ruhe. Es kann dir überall passieren. Dass du vergisst, warum du eigentlich lebst. Dass du ein bisschen schwach wirst, unachtsam wirst. Aber wenn du Taqo hast, dann findest du sofort wieder zurück. Und deswegen, denk immer an diese Worte. Kaala, hälika makunna nebach. Das ist es, was wir suchten. Das ist mein Ziel. Vergiss niemals dein Ziel, warum du auf dieser Welt bist. Und was ist dann die Folge gewesen? Da kehrten sie beide zurück, indem sie ihren eigenen Spuren folgten. Geh alle wieder zurück. Mach Taube. Finde zu Allah zurück. So wie es Musa a.s. getan hat. Warte nicht. Sag nicht, ich mache es morgen, übermorgen. Vielleicht wirst du den Weg nicht mehr zurückfinden. Denn guck mal, Allah sagt auf ihren Spuren. Wie lange bleiben diese Spuren bestehen? Ein paar Stunden? Ein Tag? Ein Tag und eine Nacht? Zwei Tage? Vielleicht eine Woche? Aber irgendwann einmal kommt was? Wind? Regen? Vielleicht Schnee? Tiere? Andere Menschen? Und du kannst deine Spuren nicht wiederfinden. Du weißt nicht, ob du zurückfinden wirst. Wenn du zu lange weg bist. Du weißt es nicht, ob du noch einmal den Weg zu Allah finden wirst. Vielleicht wirst du ihn finden, aber durch viele Umwege. Durch sehr viele Umwege. Warum nicht direkt, wo du noch ganz schnell zurückgehen kannst? Du hast jetzt einen Fehler gemacht. Warte nicht mit der Taube. Mach sie sofort. Da ist es noch einfach. Aber wenn du Tage wartest, Wochen wartest, Monate wartest, vielleicht sogar Jahre wartest, wenn ich heirate, wenn ich die Hatsch mache, wer sagt dir, dass du die Hatsch jemals machen wirst? Wer sagt dir, dass wenn du heiratest, dass du dann irgendwie einen kleinen Kopf haben wirst? Wer sagt dir das? Sofort jetzt. Kehre zurück. Solange die Spuren noch sichtbar sind. Solange die Spuren noch sichtbar sind. Und jetzt, Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt jetzt auf, jetzt haben sie ihr Ziel erreicht. فَوَجَدَا عَبَدًا مِنْ عِبَادِنَا Sie trafen einen von unseren Dienern. أَاتَيْنَاهُ رَحْمَتًا مِنْ عِنْدِنَا Dem wir Barmherzigkeit von uns aus Atem zukommen lassen. Was ist diese Barmherzigkeit? Manche Gelehrte sagen, es ist die Barmherzigkeit des Prophetentums. Und deswegen sagen einige, Khidr war was gewesen? Ein Prophet. Andere sagen, nein, er war kein Prophet. Er war lediglich was gewesen? Ein Abzalish. Ein frommer Diener. Vieles deutet aber darauf hin, dass er ein Prophet gewesen war. Vieles deutet darauf hin, dass er ein Prophet gewesen war. Erstens, Allah subhanahu wa ta'ala, er verwendet die Rahme im Koran häufig in Verbindung mit was? Mit den Prophetentum. Allah ta'ala, er sagt in Surat Al-Qasas, وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةَ مِنَ الرَّبِّكِ und du konntest sozusagen dir nicht erhoffen, dass das Buch auf dich herabgesandt wird, außer als Barmherzigkeit von deinem Herrn. Ebenfalls, dass Allah subhanahu wa ta'ala dann sagt, أَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمًا wir haben und den wir wissen von uns her gelehrt hatten. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat ihn etwas gelehrt, direkt, wahrscheinlich in Form einer Offenbarung. Und dann, dass Musa alaihi sallam ihm folgt als Prophet, ist ebenfalls ein Hinweis darauf, dass er höchstwahrscheinlich ein Prophet gewesen war. Gibt es lange Diskussionen darüber, aber ein, wie gesagt, ein beträchtlicher Anteil der Gelehrten geht davon aus, dass Khidr alaihi sallam was gewesen war? Ein Prophet gewesen war. Aber es ist auch völlig egal, ob er Prophet war oder ob er nicht Prophet war. Wichtig in diesem Zahnarungs war das, er ist ein frommer Diener, dem Allah subhanahu wa ta'ala, Wissen gegeben hat, was Musa alaihi sallam nicht hat. Allah gab ihm Wissen, was eine Barmherzigkeit ist für die Menschheit und das ist ganz wichtig. Wissen, was keine Barmherzigkeit ist für die Menschheit, ist was wir ein Wissen, ist nutzloses Wissen und vielleicht sogar schädliches Wissen. Wir wissen, es gibt schädliches Wissen. Es gibt Menschen, die mit ihrem Wissen was tun, die stellen mit ihrem Wissen Massenvernichtungswaffen her. Die stellen ihr Wissen der Waffenindustrie zur Verfügung, damit sie irgendwelche chemischen Waffen herstellen, mit denen ganze Städte ausgerottet werden. Sie haben kein Problem damit. Solange gutes Geld gibt es das kein Problem. Dieses Wissen ist kein Rahme. Wissen ist dann Rahme, wenn es im Nutzen und im Dienste der Menschheit steht. Und nicht gegen die Menschheit, um sie auszulöschen. Unglaublich wichtig. Wissen ist da, kann Rahme sein, kann aber auch Azaab sein. Wir haben ihm von uns aus Wissen gegeben. Und jetzt kommt Musa direkt zur Sache. Und jetzt spielt plötzlich Yusha Ibnu keine Rolle mehr. So als würde er jetzt ausgebildet werden. Wir wissen nicht, ob er wieder zurückgekehrt ist oder ob er sie beteiligt, also ob er sie begleitet hat. Wichtig ist jetzt einfach, dass Allah Ta'ala immer im Dual spricht. Was heißt Dual? Das heißt immer in dieser Dualform, dass sie beide gegangen sind. Beide Musa und Al-Khidr. War noch Yusha Ibnu dabei gewesen, Allah Ta'ala. Kale lahu Musa, Musa sagte zu ihm, Darf ich dir folgen, auf dass du mich von dem lehrst, was an Besonnenheit gelehrt, was dir an Besonnenheit, guck mal wie er es nennt, an Besonnenheit, an Rushd, was dich sozusagen zu Allah für den geraden Weg aufzeigt, was dir an Besonnenheit gelehrt worden ist. Er ging nicht zu ihm, sagte, ich bin der Gesandte Allah, Allah Ta'ala hat mir verlangt, dass ich zu dir komme und du musst jetzt mich akzeptieren als ein Lehrer. Nein. Er war bescheiden gewesen. Bescheiden gewesen. Er ging hin, er fragte ihn. Er hätte auch gesagt, Allah Ta'ala hat mir befohlen, dich zu befolgen. Nein, aber er war bescheiden gewesen. Musa hat gelernt aus seinem Fehler. Subhanallah. Diese Bescheidenheit, die brauchen wir. Ein Prophet. Er spricht mit jemandem, der eigentlich unter ihm steht. Aber er hat kein Problem bei ihm zu lernen. Wir wissen, Musa war der Prophet seiner Zeit gewesen. Selbst wenn Al-Khadr ein Prophet gewesen war. So war er lediglich ein Nabi, aber kein Rasul. Musa war ein Rasul, ein Gesandter, er hatte sein eigenes Buch. Also er steht automatisch über wem? Automatisch über Al-Khadr, selbst wenn er ein Prophet gewesen sein sollte. Aber trotz allem hatte er kein Problem damit gehabt, dass er von jemandem etwas lernt, der unter ihm ist. Und deswegen eine der Gründe, eine der Hauptgründe oder eine der Gründe, weshalb Menschen vom Wissen ausgeschlossen bleiben, ist was? Sie schämen sich von jemandem zu lernen, der unter ihnen ist. Oder sie sind zu hochmütig. Wie soll ich von jemandem lernen, der jünger als ich bin? Ist. Ja? Wie soll ich von ihm lernen? Es gibt manche Leute, die sagen, ich habe ein Problem damit. Wenn er mehr Wissen hat in einem bestimmten Bereich, dann lerne von ihm. Wenn du älter bist und du hast jemanden, der jünger ist, aber besser Koran lesen kann, dann mach dich klein und lerne bei ihm. Schäm dich nicht. Sonst bist du ausgeschlossen von diesem nützlichen Wissen. Vielleicht ist es der Einzige, der dir das beibringen kann. Also lerne es von ihm. Und Musa a.s. erhalte diese Bescheidenheit. Und er ging zu Al-Khadr und er bat ihn darum. Al-Khadr sagte ganz klar zu ihm, du kannst das nicht. Du bist zu schwach dafür. Du magst zwar einen Prophet zu sein, aber das kannst du nicht ertragen. Er sagte, du wirst es bei mir nicht aushalten können. Du hast keine Chance. Du hast keine Geduld. Musa a.s. Und dann erklärt er auch, warum. Wie willst du auch etwas aushalten oder das aushalten, wovon du keine umfassende Kenntnis hast? Musa a.s. Er lernte jetzt. Er hat nicht gesagt, natürlich, ich bin der Gesandte Gottes. Ich habe Geduld. Wie kannst du so etwas behaupten, dass ich als Gesandter Gottes keine Geduld habe? Nein, Schau, haben wir jetzt geantwortet. Er hat sofort aus seinem Fehler gelernt. Was? Er sagte, du wirst mich, wenn Allah will, standhaft finden und ich werde mich keinem Befehl von dir widersetzen. Mach dir keine Sorge. Aber diesmal hat er was? Er ist auf Allah subhanahu wa ta'ala zurückgeführt und er hat es abhängig gemacht von dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khadr sagte klar und deutlich zu ihm, wenn das so ist, dann darfst du nicht fragen. Das ist meine Bedingung. Du darfst nicht hinterfragen. Qala fa'ini taba'tani fa'la tas'alni an şeyin hatta uhditha laka min huzikra. Er sagte, wenn du mir denn folgen willst, dann frage mich nach nichts, bis ich selbst es dir gegenüber zuerst erwähne. Das ist meine Bedingung. Musa aleyhi salam erwilligte ein und sie machten sich auf den Weg. Also wir lernen aus dieser Einleitung von der Geschichte von Musa und Al-Khadr aleyhi salam. Nummer eins, Musa aleyhi salam, er hat einen Fehler gemacht, aber er hat seinen Fehler sofort bereut. Nummer zwei, er hat seinen Fehler nicht nur bereut, sondern er hat seinen Fehler auch wieder gut machen wollen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Bei Tauber reicht es nicht nur aus, ihn ja nicht zu bedauern, sondern ich muss es auch wieder gut machen. Und deswegen, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Farqan? In den Versen von Ibad al-Rahman. Er sagt, nachdem er über diejenigen spricht oder da sagt, dass sie keinen Sinn machen, dass sie nicht töten, dass sie nicht Allah jemandem beigesellen, ja, also die Diener, dass alle erbarmt sind, sagt er dann darauf hin, ja, und diejenigen, die es tun, die begehen was? Eine Sünde. Ja, sie begehen eine Sünde. Ja. Und dann zeigt uns Allah ta'ala auf, wie man das wieder gut machen kann. Illa, außer wer? Ausgeschlossen ist wer? Man ta'ab. Wer bereut? Ich bereue. Ich kehre Allah, zu Allah, räume mich zurück. Aber nicht nur das. Illa man ta'ab wa amana und glaubt. Sein Glauben stärkt. Und jetzt ganz, ganz wichtig. wa amila amalan saliha und rechtschaffen handelt. Eine rechtschaffene Tat vollzieht. Was ist mit denjenigen? Fa'ulaike yubaddir Allah sayyi'a de ma'asalat. Jenen wird Allah ihre schlechten Taten in gute Taten umwandeln. Und dann? Womentaba, nochmal als Bestätigung. wa amila saliha und wer bereut und gut und rechtschaffen handelt. fa'innahu yatubu illallah imantaba. Der kehrt wahrlich zu Allah zurück. All das tut Musa alaihi salam und er lehrt uns das. Also, Nummer eins, er hat aus seinem Fehler gelernt. Nummer zwei, er hat versucht, seinen Fehler wieder gut zu machen. Nummer drei, wir lernen, dass man auch seinen Weg zu Allah vergessen kann, aber schnellstens wieder zurückkehren muss. Nummer vier, wir lernen, dass der Schaitan versucht, dich vergessen zu lassen und dich versucht vom nützlichen Wissen, was sich Allah ta'ala näher bringt, abzuhalten. Nummer vier, ja? Nummer fünf, ja? Wir haben auch gelernt, dass wenn du mal abkommst von diesem Weg, dass du ganz schnell und sofort wieder zurückkehren musst, bevor die Spuren zu Allah verwischen und du nicht mehr zurückfindest. Nummer sechs, was wir ebenfalls gelernt haben aus diesen Versen ist, dass man nicht hochmütig sein darf, ja? Sondern, dass man bereit sein muss, von jedem Menschen, dem dir etwas Nützliches geben kann und dich etwas Nützliches lehren kann, dann auch dieses Wissen anzunehmen und nicht hochmütig zu sein. Das sind die wichtigsten Lehren, welche wir jetzt aus diesen Versen ziehen konnten und insha'Allah werden wir uns dann in der kommenden Woche ganz genau anschauen, was jetzt Musa ganz konkret von Al-Khadr gelernt hat und daran stecken noch mal unglaublich viele Lehren insha'Allah, aber das dann nächste Woche be-Izhn-Lah Azza-Wajal Subh'ana Allahum wa bi-hamdik nashhadu an la ilaha illa annt yastaghfiruka wa natubu ilayk Bismillah wa rahman wa rahim wa la asr inna al-insan lafi khusr idla al-lazina aaman wa aminu sarihati wa tawassu wa huddi wa tawassu wa sallam